Georg Wilhelm Friedrich Hegel ist unbestritten einer der wichtigsten philosophischen Denker der Neuzeit. Leider gilt er auch als einer der am schwersten zu lesenden Philosophen überhaupt. Und deshalb dachte ich, es ist eine gute Idee, anlässlich des 250. Geburtstags von Hegel in diesem Jahr ein paar Hegel-Lesehilfen hochzuladen. Kleine digitale Videorollatoren fürs Denken. Mit den Hegel-Bits, die ihr nach und nach als Video sehen könnt, möchte ich euch einige zentrale Ideen Hegels näher bringen und nebenbei gleich auch einige grundlegende philosophische Fragen erörtern, die schon Hegel beschäftigt haben, aber die bis heute bedeutend geblieben sind. Teil 1 ist ein Einstieg und geht der Frage nach, wer war dieser Hegel eigentlich? Kurz was zur Person, aber wirklich nur kurz. Hegel wurde vor 250 Jahren geboren, am 27. August 1770 in Stuttgart. Er starb im Alter von 61 am 14. November 1831 in Berlin. Er arbeitete als Erzieher und Lehrer, machte sich Gedanken über eine populäre Literaturzeitschrift, war in Tübingen Zimmergenosse von Hölderlin und Schelling, die beide kaum weniger berühmt sind als er selbst, und war Rektor der Berliner Universität. Er verfolgte die Ereignisse der Französischen Revolution und der Brutalität ihrer Schreckensherrschaft sehr genau. Und das bedeutet, er philosophierte in einer extrem turbulenten und auch gefährlichen Zeit. Hegel studierte Theologie, aber auch Volkswirtschaft und Politik, interessierte sich aber auch für Naturwissenschaften und Fragen des Rechts und hielt Vorlesungen über Mathematik und wurde 1805 durch eine Empfehlung von Johann Wolfgang Goethe und Schelling zum außerordentlichen Professor in Jena ernannt. Hegel erlebte die Schlachten von Jena und Auerstedt aus großer Nähe, irrte sich in seiner Begeisterung für Napoleon, heiratete, hatte Kinder, darunter auch einen unehelichen Sohn, geriet in Konflikt mit dem Bayerischen Pressegesetz, weil er sich für kurze Zeit journalistisch engagierte, las regelmäßig die Morgenzeitung, das Massenmedium seiner Zeit, und nahm Professoren in Heidelberg und später dann auch in Berlin an. In der Regel hielt er zehn Stunden Vorlesungen wöchentlich, das ist auch für heutige Verhältnisse durchaus noch ein strammes Pensum. 1821 erschien sein letztes von ihm persönlich verfasstes und herausgegebenes Werk, die Grundlinien der Philosophie des Rechts. Spätere Werke wurden von anderen nach seinem Tod herausgegeben oder sind Vorlesungsmitschriften anderer, darunter die bekannten Vorlesungen über Ästhetik, über die Philosophie der Geschichte, die Philosophie der Religion und die Geschichte der Philosophie, ein meist dreibändiges Werk, das eine gut lesbare Philosophiegeschichte ist. Tatsächlich hielt Hegel bis zuletzt Vorlesungen und starb 1831 möglicherweise an der in Berlin wütenden Cholera-Epidemie. Hegels Vorlesungen müssen ziemlich gut gewesen sein. Er hatte eine Menge Zuhörer, Studentin gab es, soweit bekannt, damals so gut wie nicht. Einer seiner Konkurrenten an der Berliner Universität war der Philosoph Arthur Schopenhauer, der, mit einem großen Ego gesegnet, seine Vorlesungen zur gleichen Zeit abhielt wie Hegel, mit dem Effekt, dass Schopenhauer kaum Zuhörer hatte, weil die sich ja entscheiden mussten und lieber zum Meister gingen. Wenn ich recht erinnere, verlegte Schopenhauer dann schließlich seine Vorlesungen in die Früh. Hegel galt als der deutsche Philosoph seiner Zeit und war der wichtigste Vertreter der Richtung des deutschen Idealismus, einer bis heute einflussreichen Denktradition, die in den letzten Jahrzehnten eher kritisiert, gegenwärtig aber möglicherweise gerade wieder neu entdeckt wird. Interessanter als solche Lebensdaten ist natürlich die Frage, was dieser Mann gedacht und was ihn eigentlich umgetrieben hat. Warum wurde er zu einem der Wegbereiter und einem der wichtigsten Vertreter der Moderne, einer Zeit, die aufs Engste mit der Idee der Aufklärung und den Idealen der französischen Revolution verbunden ist? Fest steht, dass es keinen Marx ohne Hegel gegeben hätte. Hegels dialektische Methode ist zentral gewesen für Marx' Analyse des Kapitals, auch wenn er diese Methode in das Kapital geschickt gegen Hegel wendet, um die Philosophie endlich, wie er sagt, vom Kopf auf die Füße zu stellen. Wie Marx das macht, ist jedoch sehr hegelianisch. Ohne Hegel auch kein dialektischer Materialismus. Und selbst die bekannte Existenzphilosophie von Kierkegaard und später von den französischen Philosophen wie Sartre bezog sich immer wieder ausdrücklich auf Hegel, ebenso wie Adorno oder Habermas und viele andere. Hegels Wirkung war enorm und es ist sie bis heute geblieben. Man kann lange darüber streiten, ob die Zeit der Moderne jetzt womöglich zu Ende geht und ob Hegel diese Entwicklungen hat kommen sehen. Immerhin nähert sich die Moderne möglicherweise insofern einem Ende, als wir nicht nur im Zeitalter der Atomwaffen, sondern auch des Anthropozäns leben. Über diesen Begriff ist im Zusammenhang mit dem Klimawandel oder unseren vielfältigen Eingriffen in die Natur, Stichwort Artenvielfalt, bereits viel diskutiert worden. Nicht vergessen werden darf dabei, dass wir zunehmend in einem Zeitalter auch der Algorithmen leben, auch wenn die Entwicklungen schleichend sind, verändert dieser Umstand unser Denken und unser Leben sehr stark. Allerdings vergessen viele dabei, dass auch das Internet nicht das eigene Denken abschaffen kann. Vielmehr eröffnet es für das Denken neue Möglichkeiten, etwa durch den unbegrenzten Zugriff auf Information. Vieles spricht aber dafür, dass durch die Zerstückelung des Wissens, dadurch, dass man alles Mögliche schnell googeln kann, etwas verloren geht, das für Hegel größte Bedeutung hatte, nämlich eine Art von Orientierung im Ganzen, ein Gefühl für das gesamte System des Lebens und Wissens, in dem wir uns immer befinden. Zunehmend finden Denken und Leben unter dem Regime der Daten, der Algorithmen, der automatisierten Verarbeitung von Informationen und der Erkenntnis von Mustern in unserem Leben und in der Natur statt. Dies verändert die Voraussetzungen für unser Handeln, aber auch für unser alltägliches Leben und das Denken. Ich halte es für gut möglich, dass man Hegel wieder entdecken wird als eine Art von metaphysischem Programmierer, als einen Denker, dem daran gelegen war, das gesamte ihm vorausgehende System des Denkens zu hacken und endlich zu befreien. Denn Freiheit war und ist der zentrale Begriff bei Hegel. Und deshalb hat auch die neue, gerade im Beck-Verlag erschienene Biografie des Hegels Forschers Klaus Viehweg den Titel »Hegel, der Philosoph der Freiheit«. Fehlt noch eine kurze Anmerkung zu Hegels Veröffentlichung. Interessant ist, dass zu seinen Lebzeiten zwar einige der wichtigen Texte veröffentlicht wurden, er diese Texte aber bis zum Schluss immer wieder überarbeitet hat. Man könnte sagen, dass Hegel ein großer Fan der Überarbeitungsfunktionen bei Word war. Damals war Überarbeiten und Neudrucken eine sehr aufwendige und vor allem kostspielige Sache. Man musste sich zweimal überlegen, wie viel man an einer zweiten oder dritten Auflage eines Werkes wirklich abändern wollte, denn es musste dann ja wieder neu gesetzt werden. Vielleicht ist dieser permanente Prozess des Umschreibens und der Revision des Denkens der Grund dafür, dass Hegel über Jahrzehnte hinweg Vorlesungen gehalten hat. Die gaben ihm im Kontakt mit den Studenten die Gelegenheit, andere Formulierungen auszuprobieren und neue Gedankengänge vorzuschlagen. Oft waren seine Veröffentlichungen zu Lebzeiten ja die Grundlage dieser Vorlesungen, die er dann weiterentwickelte. Die Ironie der Sache ist, dass Hegel in gewisser Weise auch noch nach seinem Tod weiterdachte, weil posthum nach und nach die Mitschriften seiner Vorlesungen erschienen. Und bis heute finde ich es sehr erstaunlich, dass man das Gesamtwerk von Hegel eigentlich nur im Kontext all seiner vielen Vorlesungen zu den unterschiedlichsten Themen lesen und auch verstehen kann. Doch diese Vorlesungen existieren, wie gesagt, anders als bei modernen Philosophen, nur noch in Form von Mitschriften seiner Hörer. Und ich muss zugeben, dass ich selber lange Zeit gezögert habe, Hegel wirklich zu lesen, weil er als extrem schwierig, obskur und verschwurbelt gilt und mich alle gewarnt hatten. In den Hegel-Seminaren an der Frankfurter Uni damals habe ich zunächst so gut wie überhaupt nichts verstanden. Und deshalb sollen euch die Hegel-Bits auch helfen, Hegel vielleicht etwas lockerer anzugehen und selber zu entdecken, denn es lohnt sich. Ihr könnt tatsächlich selber Spaß daran entwickeln, euch mit Hegel und seinem Werk zu beschäftigen. Um am Ende des Einstiegs wenigstens noch kurz ein paar zentrale Schriften Hegels zu nennen, die Phänomenologie des Geistes von 1806, 18, die sieht so aus, Teil 1 eines unvollendet gebliebenen früheren Systementwurfs von Hegel. Dann gibt es die Wissenschaft der Logik von 1812 bis 1816, die mehrfach überarbeitet wurde, zuletzt 1831, also im Jahr seines Todes. Beides sind zwei verschiedene Bücher, die sich aber aufeinander beziehen. Berühmt sind auch die Enzyklopädie der philosophischen Wissenschaften ab 1816, sowie die Grundlinien der Philosophie des Rechts von 1821, das letzte Buch. Wer sich heute mit Hegel befasst, wird weitaus mehr finden in den verschiedenen Ausgaben, die es gibt, darunter eine Reihe zum Teil zum Beispiel sehr gut lesbarer Essays und kurzer Texte, sowie die bereits erwähnten, immer wieder neu gehaltenen und überarbeiteten Vorlesungszyklen, wie die Vorlesung über die Philosophie der Geschichte, die Vorlesung über die Philosophie der Religion, die Vorlesung über die Ästhetik und die Vorlesung über die Geschichte der Philosophie, die er zuletzt in seinem Todesjahr 1831 hielt. Soweit also das Skelett, das Gerüst seines Lebens. Wer mehr über Hegels Lebensgeschichte und die kleinen anekdotischen Begegnungen erfahren will, von denen es ziemlich viele gibt, findet die in meinen Augen in der besten Darstellung von Hegels Leben in der bei Hansa erschienenen Biografie von Horst Althaus mit dem Titel »Hegel und die heroischen Jahre der Philosophie«. So erfährt man beispielsweise, wie sich Hegel 1818 mit Frau und Kindern Richtung Berlin aufmacht. Er nahm nicht viel mit bei dieser Reise, ein sogenanntes Fass, Bettzeug und Hausgeräte, zwei Kisten Bücher, nicht gerade viel für so einen Intellektuellen, ein Koffer Kleider und Wäsche. Das Kultusministerium hatte ihm eine zollfreie Einfuhr bei der Einreise nach Preußen zugesichert. Immerhin. Auf dem Weg musste er auch durch Jena reisen, wo er ja zuvor mal Professor gewesen war. Und Hegel ist erleichtert, weil ihm dort das Wiedersehen mit der Mutter seines unehelichen Sohnes Ludwig erspart blieb. Warum? Weil sie inzwischen verstorben war. In Weimar besuchte er da Goethe, bei dem er zu Mittag aß. Goethe bemerkte in seinem Tagebuch über diese Begegnung, dass er, also Goethe, sich doch eine längere Unterhaltung sehr gewünscht hätte. Schade. Und Hegel hätte irgendwie verändert gewirkt. Freier, lockerer im Umgang, ironischer als früher. Und als Hegel dann kurz darauf seine Stellung als junger Professor in Berlin antrat, sagte man ihm schon bald nach, dass er wohl das Christentum verachte und außerdem im Vergleich zu seinem Vorgänger Fichte die nationale Seite bei ihm viel zu kurz käme. Gegen diese Kritik, die ja gefährlich war, fand er in Goethe einen großen Unterstützer. Althaus schreibt in seiner Biografie, dass der durch und durch unphilosophische Goethe sich gerne über den neuesten Stand der Philosophie in Berlin und insbesondere über Hegels Denken informieren ließ. Er gab sich gerne dann als Schüler Hegels aus. Schließlich schickte Goethe ein gelb getöntes Weinglas an Hegel, der bekanntlich gerne und auch viel trank. Es hatte schwarze Einlegearbeiten und sollte demjenigen, der es benutzt, auf diese Weise zeigen, welche Farben bei der Brechung des einfallenden Lichts entstehen und dem Betrachter, der aus dem Glas trinkt, damit gleichzeitig die Richtigkeit seiner, also Goethes Farbenlehre demonstrieren. Über die hat er sich mit Hegel nämlich ausführlich besprochen. Hegel schrieb einen Brief zurück, bedankte sich artig bei Goethe und meinte, dass im Übrigen der Geist, der das Glas nun füllen könnte, also der Wein, doch tatsächlich ein wahres Zeichen dafür sei, dass auch Geist in der Natur sei. Das war's für diesmal. Nächstes Mal geht's mit der Hegel-Lektüre los. Dann befasse ich mich mit der Frage, wie man Hegel eigentlich am besten liest und was Denken ist. Bis dann. Dann befasse ich mich mit der Hegel-Lektüre los. Dann befasse ich mich mit der Hegel-Lektüre los. Vielen Dank.